hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft hubris ich habe unsere botania plattform ein bisschen ausgebaut und unsere hydro angias aufgestellt ihr solltet darauf achten dass es ein 3x3 fällt ist weil diese wasser in sich aufnehmen und zwar den kompletten wasserblock das heißt es muss eine unendliche wasserquelle sein zudem solltet ihr darauf achten dass dort kein tainted fibrous taint darauf kommt also in die blöcke rein weil sonst verschwinden die blumen deswegen habe ich hier unten überall slabs hingepackt damit er einfach nichts rankommt also die plattform sieht von unten schon so aus und würde ich nicht ständig dieses zeug weg machen dann wäre die ganze plattform schon voll und unser altar würde glaube ich auch nicht mehr dastehen ja was ich heute machen wollte war oder ist mit kaum kraft anzufangen damit wir endlich unsere serie blumen bekommen um wenigstens den schrank hier ja zu bereinigen dafür brauchen wir als erstes ein bookshelf heißt das so ja den haben wir und ein zauberstab ein wund und gibt es nicht wie heißt er denn bei zauberstab ein bisschen eisen gesammelt hat er mal davon noch ein oder hätten wir gar nicht gebraucht egal dann ein stick und das und das haben wir noch nicht kommen und dann haben wir auch die quest hier die und da kriegen wir noch eins warum auch immer dann haben wir keine ingsex die holen wir uns schnell aber vorher wollte ich wir da ich mein war haben wir jetzt schon level 7 erreicht und können ein bisschen dinge freischalten und unseren nächsten zauberstabend machen und zwar wollte ich selbst lieb und slow fall ganz genau damit wir uns einfach schneller bewegen können der umgebung also selbst lieb und slow fall und den nennen wir jump ne das war falsch nicht hier hier können wir den jetzt schon machen nein dafür brauchen wir essenz okay dann dauert das noch ein bisschen ich den nähe mit der leeren hand und den setzt mal schon mal hin das andere buch da so dann kann der hier rein und dann brauchen wir in sex da können wir jetzt schnell irgendwo hin creeper da hinten sind welche habe ich eigentlich ein schwert ja was liegt so die reichen die reichen die reichen die reichen vor die ... die Ein bisschen satt essen. So, Scribbling Tool. Ähm, Fick, Glas. Wir brauchen Glas. Ähm, brauchen wir Glasblöcke oder Glasscheiben? Werden wir sehen. So, Feder. Ein Inkshek. Ich muss mal mein Inventar aufräumen. Wir haben jetzt einen Barrel gemacht für unseren Kobbel. Das ist alles weg. Das kommt hier rüber. Das. Kanin mit rein. Salz. So, zwei haben wir schon. Und das dritte. Das war doch so, oder? Jo. Gut, wunderbar. Dann das. Und das. Ähm, Pequen, Sugar Canes, Paper oder Common Treasure. Wir haben eigentlich genug. Also nehmen wir das. Was ist da drin? Ja, Coins und Night Vision. Wow. Das kann hier mit rein. Die Coins auch. So. Dann gucken wir mal. Basic Equipment. Thermometer. Und das erst mal. Gut, wie war das? Mit Gold auf jeden Fall. Thermometer. Und Glas. Haben wir noch? Ich glaube, ein Sand haben wir noch. Ja. Das. Und. Was war das andere? Zwei Gold und zwei Shards. Das ist zwei. Ähm, davon haben wir viel. Und. Davon haben wir auch was. Kann ich gleich mal hier rüber packen. Das auch weg. Das. Und. Dann haben wir unser Taumometer. Eisen. Okay. So. Wir brauchen erst mal. Unseren Tisch. Ähm, Table. Table. Tü-tü-tü. Davon brauchen wir, glaube ich, zwei, oder? Weil wir brauchen ja hier diesen, ähm, Research Table. Also, Halls und Slabs. Ich mach jetzt mal nur einen. Wo stellen wir den hin? Einfach hier neben. Warte mal. Warte mal. Und was legt man da rauf? Ich glaube den Zauberstab, oder? Ja. Okay, wunderbar. Den haben wir. Den muss ich vorher abbauen. Eine Axt ist hier. Falsch. So. Komm her. Wunderbar. Was ist das hier drinne? Ähm, Coins, ja. Und das war's, oder? Der Rest waschen im Inventar. Okay. Übrigens, da wir jetzt genug Eisen haben, können wir auch gleich mal unsere Hose machen. So. Dann haben wir die auch schon mal. Und dafür kriegen wir einen Recall Stone. Achso, kein Platz im Inventar. Der, den beinden wir jetzt hier an, an, also, ja, hier an diesen Punkt. Und dann können wir immer, wenn wir unterwegs sind und gerade zu weit weg sind, ähm, uns nach Hause teleportieren lassen. Das lassen wir mal gleich mal. Das war einfach nur Rechtsklick oder Shift-Rechtsklick? Shift-Rechtsklick. Intervice Location. Ach, Quark. Mock. Ach, bin ich blöde. Das, nee, kann ich nicht. Okay, unser Haus heißt jetzt Enter. Ähm, der kann weg, den brauchen wir erst mit dem Packer hier hoch. Ähm, die Coins können hier mit rein. Und das Zeug kann alles... Warte mal, einen Helm brauchen wir noch, genau. Ähm, dann kann die restliche Rüstung hier mit rein. Ein Eisenschwert, kann das weg. Das packe ich mit hier hoch. Die Federn auch. Das auch. So, und dann brauchen wir... Ähm, nee. Hier den... Cordel. In Crucible heißt es hier. Okay. Ähm, Crucible. Crucible. Achso, ähm, wir brauchen doch einen Cordel. Ähm, Cordel. Da. Den haben wir. Und den... ...stellen wir... Wo stellen wir dich hin? Irgendwo hier hinten. Ja, ja. Muss ich gleich mal... ...alles weg machen wieder. Hier hin. Dann unser Zauberstab. Und... Tschi-Tschi. Ich wette, ich muss den auch abbauen. Ja. So. Und aber... Ähm, hier, die wollen wir haben. Ähm, warte mal. Nee, wir müssen erst mal researchen alles. Das mache ich aber, ähm, nebenbei, offscreen. Deswegen wollte ich das jetzt... Also wollte ich jetzt mit, ähm, Soundcraft anfangen. Damit wir das einfach... ...damit... ...oder damit ich das einfach zwischendurch machen kann. Kann ich dich? Oh, nee. Okay. So. Die Fackel kann ich schon. Den Ofen. Auf. Bist du schon? Nein. Du auch noch nicht. Nein. Slap. Nein. Gut. Egal. Werde ich dann machen. Dann werden wir... Ähm. Was brauchen wir denn noch? Hier brauchen wir nichts mehr. Das machen wir später. Also... ...werden wir... ...unsern... Also der Research Table... Der gibt's doch noch, oder? Oder ist das neu? Warte mal. Soundcraft. Wo ist der? Workbench Deconstruction Table. Das war doch eigentlich die zwei Table... ...und dann, ähm, dieses Inkzeug drauf. Warte mal. Holz. Ähm. Was war mit Slaps? Und zwar. So. So. Und so. Achso. Zwei brauche ich bitte. Die und den stellen wir daneben. Einmal. Und hier. Und hier. Und dann... ...das einfach drauflegen, oder? Ja. Genau. Hier haben wir ihn. Der steht falsch rum. Nee. Egal. So. Dann. Gucken wir mal. Erde und Wasser ergibt Leben. Ja, das war's dann glaube ich auch schon, was ich weiß. Ähm, das und das ist tot. Motos, genau. Und wir brauchen Trap Door. So. Nee. Wie macht man den Trap Door so? So, oder? Nee. Einmal rein. Auch nicht. Toll. Die einfachsten Dinge vergisst man. Trap Door. Okay. So. Irgendwohin bitte. Danke. Das geht noch nicht. Das brauchen wir noch. Holz können wir noch nicht, glaube ich. Oder? Also das zumindest nicht. Dirt. Dirt geht. Fackeln haben wir schon. Tänz halt geht noch nicht. Das geht noch nicht. Wasser. Töffeln auch noch nicht. Crops nicht. Hm. Ich glaube, so was können wir auch noch nicht machen. Nee. Egal. Das mache ich offscreen. Das dauert sowieso ein bisschen. So. Aber wir... Ich glaube, Aura-Nodes können wir aber... Und wir haben hier, glaube ich, eine in der Nähe. Da. Sowas können wir auch noch nicht. Gut. Dann nicht. Womit ich mich mal beschäftigen könnte, wäre, dass wir die Essenz bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. lasst uns mal nachschauen. So. So. Types auf Mechanics. Mana. Nee. Items. Locks. egal damit werde ich mich auch auf screen beschäftigen und dann machen wir nächstes mal unseren zauber spruch bis zum nächsten mal habe ich auch einiges researcht und dann werden wir so schnell wie möglich unsere ethereal blue machen damit ich das nicht mehr weg machen muss hier das ganze zeit so und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und tschüss